Franz, komm mal mit, komm mal mit, ich habe eine Idee für einen viralen Hit. Also, pass auf, hier musst du jetzt davor laufen, so mit einem Knie, du tust dir das Knie weh, ja? Läufst du davor, so, ja, so, ah, läufst davor und dann guckst du in die Kamera und machst so, au!